Das sind die Lesslie Rambos, vielleicht warum kann man es ja lesen, weil kann man ja auch mag den Nahbereich immer noch nicht. Mal schauen ob die immer noch mit Kügelchen sind oder ob die jetzt auch mit Pressing sind. Sind ja lange Zündschnur deutet auf Kügelchen hin. Ja, so ein Kügelchen könnten aber lauter sein. Erinnert sogar fast von der Größe her der Ausbreitung an die Big Balls. Aber sind halt lange nicht so laut. Das war lauter. Der ist mir hier schon in der Hand zerbrochen. Ausbreitung einwandfrei, aber Lautstärke könnte lauter sein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.